Martha Gellhorn, Disaster Girl Boring, langweilig, war ihr Lieblingsschimpfwort. Hauptsache nicht öde, sonst durfte das Leben fast alles sein. Zur Hälfte, so ihre Maxime, sollte es aus Arbeit, dem Schreiben, bestehen, aufreibender wie lustvoller Arbeit, die sie stets an ihre Grenzen führte. Danach gierte sie geradezu. Ein Dasein in Mousse schien ihr, als würde man Marshmallows oder Asche kauen oder beides zusammen. Und die andere Hälfte? Die hatte, so wild und aufregend und platzend vor Lachen und Lärm zu sein, wie die entfesselte Hölle. Am besten, wenn beide ein großes Ganzes ergaben. Dafür setzte sie immer wieder alles in Bewegung. Verschont mich mit eurer Güte, das ist etwas für kleine, poplige Wesen, bekannte sie einmal trotzig ihrer ehemaligen Lehrerin. Ich will kein guter Mensch, ich will die Hölle auf Rädern sein. Oder lieber tot. Nur ein Verrückter würde ein schmerzliches, gefährliches, unglückliches Dasein einem Langweiligen vorziehen. Und so eine Verrückte bin ich. Als sie dies schrieb, war sie gerade 33, hatte ein Jahr zuvor Hemingway geheiratet und sich als Reporterin, die aufrüttelnd für amerikanische Magazine aus dem Spanischen Bürgerkrieg berichtete, einen Namen gemacht. Damit setzte sie sich auf dem exklusivsten Männerterrain der Zeitungsbranche durch, in der mehr noch als unter Sportreportern nur ganze Kerle für vollgenommen wurden und zeigte ihren Kollegen, dass sie es an Mut mit jedem von ihnen aufnehmen konnte. Disaster Girl wurde ihr Spitzname. Das kämpferische Temperament brachte Martha Gellhorn als Erbteil aus ihrem Elternhaus mit. Neben drei Brüdern wuchs sie in einer liberalen, angesehenen Familie auf. Der Vater stammte aus Breslau, war niedergelassener Arzt und Halbjude, wie Marthas Mutter, eine engagierte Sozialreformerin und maßgebliche Vorkämpferin des Frauenwahlrechts. Streitlustig und geltungsbedürftig, wie sie von klein auf war, fing sie schon als Schülerin an, komische Glossen für Lokalredaktionen zu schreiben. Als ihr mit 21 St. Louis und das College zu eng wurden, brach sie mit einer Schreibmaschine und 75 Dollar in der Tasche nach Paris auf. Die Mecca für junge Autoren aus aller Welt. Im Büro der New York Times erklärte sie, obwohl sie keine Ahnung vom Journalismus hatte, sie könne sofort als Auslandskorrespondentin anfangen. Sie verdiente Geld mit Artikeln über die neueste Pariser Mode, wagte sich auf internationale Konferenzen, verkehrte in der mondänen Welt, hatte eine heftige Affäre mit einem verheirateten Mann und genoss, dass man sie, die große, unerschrockene, glamouröse Erscheinung, überall für ihre freche Eloquenz bewunderte. Doch so richtig glücklich wurde sie nicht mit diesem Leben. War es einfach zu bequem? Oder fehlte nur ein Heldendarsteller? In einem Blick zurück auf jene Jahre resümierte sie mit der ihr eigenen Selbstironie, dass sie diesen Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Frauen, die gefährlich leben, Abenteuer und Entdeckungen von Edelgard Abendstein Gesprochen von Nicole Engeln Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.frauengenial.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören!